Hallo lieber Michael, von der Gen PSoft GmbH. Schön, dass du dich hier eingefunden hast für dieses kurze Interview. Und in diesem Interview geht es um das Thema Neukontengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler, IT-Experten, Agenturinhaber oder auch wenn du schon größere Unternehmen hast. Und im Zuge dessen einfach mal ganz kurz das erste Thema, das wir besprechen wollen, Angst vor der Kalterquise. Da habe ich ja auch immer wieder in meinen Coachings die Erfahrungen gemacht und dass Kunden teilweise wirklich Angstzustände bekommen, wenn es darum geht, Entscheider anzurufen. Teilweise sogar sehr extrovertierte Personen, die letztendlich so in ihrem Alltag einfach gar keine Berührungsängste haben. Aber dann plötzlich geht es darum, ihr teilweise neu gestartetes Unternehmen zu präsentieren, zu verkaufen, Neukunden zu akquirieren und dann haben sie teilweise sogar ein Blackout oder ähnliches. Wie war das bei dir? Ich sage mal, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre hat sich da bei dir auch was getan, was verbessert, aber auch im Zuge des Coachings, das ich anbiete, gab es eine Entwicklung bei dir? Wie schätzt du deine aktuelle Situation da ein? Ja, also ich komme aus der Entwicklung, ich komme besser mit Co. zurecht. Aber es war jetzt für mich nicht so, dass ich da irgendwie wirklich Angstzustände oder sowas davor hatte, aber es war jetzt nicht so meine präferierte Tätigkeit, dass ich da halt Leute anspreche oder auch YouTube-Videos mache oder dergleichen. Und das hat dann aber schon geholfen, wenn man dann irgendwie wusste, dass Freitag haben wir uns schon fix, dass du dann immer am Freitag fragst, und wie viel hast du jetzt gemacht über die Woche? Da hat man einfach so ein bisschen eine Kontrolle und so ein bisschen einen externen Sparing-Partner, der halt dann da drauf schaut und der dann einfach so als Inputgeber liefert oder Input liefert, dass man sich dann eben hinsetzt und das macht und man kommt dann mit der Zeit einfach auch rein, dass man halt da immer besser wird oder sich da stetig verbessert und dann macht man es eben auch und schiebt es eben nicht einfach nur auf, weil man irgendwie gerade immer was Wichtigeres zu tun hat. Ja, so ein bisschen sozialen Druck aufbauen, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Accountability, spielt da auch noch mit eine Rolle, also nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie bestimmte Ziele, ich mache mal gleich ein YouTube-Video drüber und haue es raus an meine Community mit tausend Followern, um mir selber Druck aufzubauen, dass ich es auch wirklich durchziehe. Das ist auch eine Methode, wie man es machen kann. Die zweite Frage, die wäre letztendlich zum Thema Positionierung und da ist eines der wirklich am meisten diskutierten, auch in meiner Community und auch in meinen Coachings diskutierten Themen, ist es Pricing. Also letztendlich, wie viel Geld kann ich für was verlangen und was bin ich wert oder was ist meine Dienstleistung wert oder was ist überhaupt möglich und all diese Themen. Und das ist natürlich auch häufig dem geschuldet, dass halt viele letztendlich aus dem B2C-Kontext, also als Consumer, als was auch immer man davor gemacht hat, als Angestellter eben da herauswächst und einfach auch vielleicht eine gewisse Hemmschwelle hat, nicht nur Wissenslücken, sondern einfach auch mentale Hemmschwellen, einfach mal zu sagen, ich verlange jetzt diesen oder jenen Preis, weil ja, ich bin jetzt eine GmbH und da gelten halt nur mal andere Regeln. Was ist da so dein Werdegang, sagen wir mal, die letzten paar Jahre auch im Zuge unserer Zusammenarbeit? Wo hat sich das verbessert, hinentwickelt? Siehst du da jetzt auch bei dir weniger Skrupel, einfach auch mal einen marktüblichen Preis abzurufen oder vielleicht sogar ein bisschen drüber oder einfach mal zu sagen, okay, ja, ich habe kein Problem, einfach mal einen höheren Anker zu setzen im Zuge der Preisverhandlungen, damit wir uns dann letztendlich da einpendeln, wo ich es gerne sowieso von vornherein hätte? Ja, also, wie du schon sagst, viele kommen aus dem B2C-Bereich oder bei mir war es ja auch nichts anderes, also Freelancing, da wird halt sehr viel über Commodity gemacht, das heißt, es wird versucht, irgendwie alles über einen Kamm zu scheren und dann halt das Willigste zu ziehen und man hat so den richtigen Einblick, was für Möglichkeiten es irgendwie in der Preisgestaltung gibt, den hat man gar nicht. Was es schon geholfen hat, ist, dass ich mir halt so Gedanken gemacht habe, also einmal, was ist die Arbeit irgendwie wert, wo kann man noch mehr Wertschöpfung praktisch erzielen und damit auch seinen Wert zu steigern? Auf der anderen Seite, was ist einfach auch die Kalkulation mal richtig zu machen, was muss denn irgendwie auch sein? Und da kriegt man dann eben so eine Spanne, einmal so ein gewisses Minimum und dann halt irgendwie sowas, was dann ideal wäre oder halt auch angebracht wäre und da einfach auch mal das Coaching oder halt auch einfach die Frage, wie viel verlangst du und siehst du es als gerechtfertigt an, hilft dann auch schon mal weiter, einfach mal diesen Denkprozess anzustoßen und da mal drüber zu gehen. Macht das so Sinn? Also da bin ich jetzt schon ein massives Stück weiter, dass ich auch, wenn der Preis jetzt vielleicht nicht dem von einem Freelancer entspricht, sage, okay, da ist aber eine andere Wertigkeit dahinter, einfach weil man nicht eben nur mit einer One-Man-Show agiert, sondern eben da eben Mehrwert schaffen kann, indem man halt ein Team hat oder halt auch andere Lösungen anbieten kann, als es ein Freelancer das vielleicht kann. Es ist halt einfach nur mal mit im Zuge der Entwicklung als, sagen wir mal, dieser typische Werdegang, ich bin Student, Angestellter, Freelancer und dann langsam hin zum Vollblutunternehmer, sprich ich hole mir dann selber Freelancer oder auch Angestellte. Also es ist halt auch einfach ein diverses Mindshifting ist da eben einfach auch vonnöten. Also letztendlich auch dieser Grundansatz zu sagen, sich nicht quasi so im internen Dialog ständig zu befinden, bin ich das wert, war das jetzt und so weiter, sondern einfach den Markt sprechen zu lassen. Also wenn ich über diverse Ankertechniken, ihr kennt das wahrscheinlich auch aus Akquise, Coachings und so weiter, alle die Kräuter und was weiß ich alles, ist ja auch kein großes Geheimnis, aber über diverse Maßnahmen einfach herauszufinden, okay, wo ist denn so immer die Obergrenze oder ja und dann einfach zu sagen, okay, wenn der Markt bereit ist, das zu zahlen, das kann ja auch teilweise saisonell sein, das kann ja auch teilweise phasenweise sein, im SAP-Bereich zum Beispiel gibt es immer wieder so Phasen, wo einfach extremer Shortage ist oder auch in bestimmten Kobold-Programmierungen 1999. Der Markt hat einfach 500 Euro die Stunde bezahlt und warum dann nicht nehmen? Also das ist ja so viel wichtiger, mit dem Markt zu sprechen, als wie mit dir selber sozusagen im Selbstgespräch, unter der Dusche oder irgendwie sowas oder auf dem Klo und sich selber ständig zu fragen, bin ich das wert, bin ich das wert? Warum fragst du nicht den Markt, was es wert ist und arbeitest mit dieser Information? Die letzte und dritte Frage, wo letztendlich auch Teil meines Komplettprogramms ist und was sehe ich dann auch für fortgeschrittenere Coachings und so weiter sehr relevant ist und wo ja auch du dir sehr viele Gedanken gemacht hast in den letzten Monaten und Jahren. Es ist das Thema und wo auch ich auch letztendlich auch da auch wieder das Thema, was sagt der Markt zu uns, was spricht der Markt zu uns über unsere Vielzahl von Akquisegesprächen, die wir Tag für Tag und Jahr für Jahr haben. In vielerlei Momenten gibt es dann eine Hemmschwelle, Hürden, schlechte Erfahrungen etc. wo letztendlich auch Firmen mit externen Dienstleistern, Freelancern etc. gemacht haben, insbesondere wenn es dann dahin geht, dass ich jetzt das skaliere. Also das heißt, ich bin jetzt Unternehmer, IT-Dienstleister mit ein paar Mitarbeitern und ja, wie komme ich da jetzt erstmal hin? Dann sind vielleicht auch noch ein paar Freelancer mit dabei oder eine Mischkalkulation etc. etc. Und jetzt geht es um das Thema Projektmanagement, Delivery. Ja, wie bin ich denn jetzt sozusagen imstande, die Qualität, die ich vielleicht bis dahin selber abgeliefert habe, als Solopreneur dann auch zu garantieren oder nach Möglichkeit zu garantieren, um letztendlich dieses, ja, wie soll ich sagen, würde man sagen, jeder Kunde, mit dem wir sprechen, für unsere Kunden, also jedes Industrieunternehmen, jeder Großhändler, jedes Finanzunternehmen und so weiter, hat mindestens, jeder IT-Leiter hat mindestens schon zwei bis fünf schlechte Erfahrungen gemacht. Und genau aus diesen Gründen, ja, weil sie einfach was eingekauft haben und es war vielleicht auch gar nicht schlecht gemeint, aber dann ist nicht der Dienstleister, ist dann am Fulfillment gescheitert, weil einfach intern die Prozesse nicht funktioniert haben, weil man einfach zu schnell skalieren wollte, Leute eingestellt hat, die nicht funktioniert haben, sehr hohe Fluktuationen dann stattgefunden hat, ja, wo man dann sich als Endkunde, also in dem Fall jetzt der Industriebetrieb oder wer auch immer, dann fragt, naja, wenn ich hier alle drei Monate oder alle drei Wochen über diesen IT-Dienstleister eine neue Person einlernen muss, ja, dann kann ich ja auch gleich selber die Freelancer irgendwelche einstellen oder sowas, ne. Also dieses Management, diese Management-Funktion, dieses Abfedern von Risiken, dieses Delivery mit mehr oder weniger garantierter Qualität, wie war das dann der Degang in den letzten Jahren, wo du sagst, okay, da habe ich mich jetzt wirklich top verbessert oder das ist sozusagen mein Credo? Ja, ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich, dass eben diejenigen, die danach auch dann mit in den, also im Delivery sind oder im Projektmanagement oder das Projekt dann durchziehen, auch mit im Teil vom Verkaufsprozess sind. Also was ja teilweise gemacht wird, aber was ja keinen Sinn macht, meines Erachtens ist, dass der Vertrieb einfach nur die Projekte ran schafft, nach Provision, also eine Provision nach Umsatz kriegt und dann hinten raus die Entwicklung schauen darf, muss, wie kriegen sie es denn überhaupt gestemmt. Also das ist dann zwar super, habe ich einen Haufen Umsatz, aber habe ich dann die verbrellten Kunden und einfach die Anstrengung danach, noch irgendwie die Projekte nachzuziehen. Das heißt, also es ist auf jeden Fall, muss, also zu viel ihr macht, kann das nicht komplett die eigene Arbeit auch irgendwie ersetzen und auch da wirklich mit reinzugehen. Und da ist halt einfach auch der Punkt, dass man davon überzeugt sein muss, was man da abliefert, die Erfahrung haben muss, was man da abliefert und da aber auch dann das Vertrauen eben zum Kunden eben aufbauen muss. Und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, dass man da auch eine gewisse Kundenbeziehung dann etablieren muss, um dann eben die dann so stückchenweise ausgebaut wird, also dass man sich halt so langsam eben rantastet mit zwei, drei Leuten und dann vielleicht auch mal ein bisschen ein größeres Ding dann macht, wenn das gut funktioniert, sofort mit irgendwie zehn Leuten bei einem Kunden aufzuschlagen. Wenn ich das vorher noch nie gemacht habe, ist natürlich schwierig. Also es scheitert auch bei Leuten, die es vorher schon x-mal gemacht haben, aber wenn ich es vorher noch gar nicht gemacht habe, dann habe ich halt umso mehr das Risiko, sondern eher so stückchenweise dann reinkommen und vielleicht dann eher auf mehr Kunden verteilen und öfter kleiner starten als einmal groß. Das ist so meine Überlegung. Aber halt wirklich dann die Leute, die es dann durchführen müssen, auch schon früh in den Prozess mit reinzubringen, weil denen einfach nur praktisch die Arbeit hinzukippen und dann sagen, schaut mal, wie es gelöst kriegt, da kriegst du dann die entsprechende Fluktuation auch zustande. Also quasi auch iterativ und agil, so wie die Softwareentwicklung selbst, auch letztendlich auch im Delivery oder im Teamaufbau. Also ich weiß es ja noch, ich habe früher auch für große IT-Hersteller, also schon vor vielen Jahren, Kaspersky und dergleichen, auch Teams aufbauen dürfen, wo wir quasi andere Agenturen abgelöst hatten damals. Und ich wurde auch sehr stark als Coach dann und ein Teambuilder operativ tätig. Und da haben wir quasi andere Agenturen abgelöst für die Inside-Sales-Tätigkeit. Die haben das ja komplett ausgesourced für den kompletten Dachbereich, auch andere Firmen. Und das war einer der größten Teams. Da haben wir ein Team abgelöst von ungefähr 16 Personen, Inside-Sales. Und dann haben wir den Auftrag gewonnen und aber auch erstmal in Schritten. Also wir haben zum Beispiel, um das Team quasi wieder aufzubauen auf 12, 15, 16 Leute, haben wir, abgesehen von Hunderten von Interviews, erstmal zwei Leute eingestellt, dann erstmal die eingelernt, und dann erstmal die zweiten zwei und dann auf acht. Und das Ganze inzwischen waren jeweils mehrere Wochen. Das ist also auch da quasi iterativ immer wieder aufgebaut. Da ist mal wieder einer ausgefallen, aber der wurde dann wieder relativ schnell ersetzt. Und wir hatten dann auch sozusagen interne Skalierungsmechanismen, kleine Prozesschen eingeführt, sodass man jetzt mal die ersten beiden schon mehrere Monate dabei waren. Dann haben die sozusagen zumindest bis zum gewissen Grad das Coaching oder die Einlernung und die Einlernphase und so weiter wieder übernommen. Heutzutage kann man ja auch noch vieles mit Mitgliederbereichen und quasi internen Akademien und Videofilmchen und so weiter auch alles abdecken. Aber so dieser persönliche Kontakt, das persönliche Coaching, besonders im Inside-Sales, genauso in der Softwareentwicklung, denke ich, ist auch noch mal sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Ja, okay, cool. Danke für diese drei Fragen. Waren sehr, sehr knifflige Fragen auf jeden Fall. Aber letztendlich, noch mal zusammenfassend, geht es auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Dienstleistungen, die wir bieten für die IT-Branche, das ist nicht genau darum, also wenn du ganz am Anfang stehst, wie komme ich überhaupt erst mal an Kunden ran? Und da habe ich immer wieder auch festgestellt, ich kann jemanden sogar die Handynummer von den Top-20-Entscheidern von Deutschland vor die Füße legen und er würde dort nicht anrufen, weil er zu viel Schiss hat. Und das muss man einfach so knallhart sagen. Und wenn du auch dich da jetzt wieder drin siehst, dann hole gerne bei uns einen Termin bei kleinlinchesmarketing.com hier unten der Link oder wenn du das Video auf LinkedIn siehst, dann ist der Link halt hier oben. Und damit startet erst mal alles. Weil nur wenn du mit deinen Kunden direkt sprichst, da führt auch kein Weg dran vorbei. Du kannst es auch über LinkedIn, du kannst es auch über YouTube sozusagen unterstützen, über Content-Marketing. Aber am Ende des Tages wird niemand bei dir eine Software-Dienstleistung oder irgendwas kaufen mit einem Klick über einen Digistore oder sowas. Also quasi wie so ein E-Shop. Das heißt, am Ende musst du immer direkt mit dem Kunden auch noch sprechen. Und dann melde dich einfach bei uns. Und das Zweite auf jeden Fall nochmal zusammenfassend ist das Thema Preise, das so viele Leute einfach unterschätzen. Es geht nicht darum, was du dir selber wert bist, sondern es geht darum, wie viel du dem Markt wert bist. Okay? Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und da auch, sagen wir mal, jede 100 Euro, die du sagst, ja, passt schon, passt schon. Jede 100 Euro pro Tag, die du nicht einnimmst, sind schon wieder 100 mal 3, mal 30, oder sagen wir mal 100 mal 20, sind schon wieder 2000 Euro im Monat, die du in Google Ads investieren könntest. Oder deine Ehefrau einstellen, oder deine Freundin einen Teilzeitjob geben. Oder, 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 oder. Also das heißt, jede Euro zählt. Insbesondere der, den du sowieso ganz easy hättest verdienen können, weil er dir quasi schon vor die Füße gelegt wird. Ich sehe das halt immer wieder, dass wenn es dann wirklich, wirklich darum geht, den Sack zuzumachen, zu den 100, also die 10 Prozent mehr on top, dass man dann sagt, naja, kann ich jetzt nicht bringen. Doch, klar, wenn der Markt das annimmt, dann bring es. Und das Dritte ist einfach das Thema Vertrauensaufbau, wenn du auch dann wächst und nicht nur du quasi Dienstleistungen erbringst, sondern die richtigen Leute dann auch einstellst und die dann letztendlich auch so positionierst beim Kunden, dass der nicht quasi, dass du nicht auf dem irgendwelche Probleme abwälzt. Also das ist letztendlich nicht nur, es geht ja letztendlich im Verkaufen auch, fängt schon an und auch in deinem Werteversprechen, auch in deinen ganzen Präsentationen nach außen hin, wie du Kunden gewinnst, ist letztendlich, kein Kunde will mit einem Kauf bei einem Dienstleister sich irgendwelche zusätzlichen Probleme einkaufen. Also idealerweise will jeder Mensch per Knopfdruck das, also quasi Zeit, Resultat und der Aufwand dahin zu kommen, minimal, Zeit, eine Sekunde, Aufwand null und das ist sozusagen der Idealzustand, also rein hypothetisch gesprochen und desto näher den Kunden du da ranführen kannst, desto mehr werden von dir kaufen. Und deswegen ist es so wichtig, intern deine Hausaufgaben zu machen, dir ganz gut zu überlegen, wen stellst du ein, mit wem arbeitest du zusammen und wie kommunizierst du deine Dienstleistung, wenn du mehrere Leute intern hast, so nach außen, dass du maximalen Vertrauensaufbau dort hast. Also sowas nach dem Motto, wir sind eine Blackbox, geben uns einen Anforderungskatalog und wir ziehen das durch und dann frisst du das Stirbleberkunde oder sowas. Das gibt es ja teilweise auch noch da draußen. Ist halt dann eher, dann bist du halt eher, kannst du eher zu den eher schwarzen Schafen und schadest nicht nur dir selber, sondern auch den kompletten Image deiner Branche als IT-Dienstleister, Softwarebude, Softwareagentur. Okay, vielen Dank für dieses Gespräch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Sorry. Ich habe ja schon seit einer halben Stunde wieder einen Termin und die Leute geben mir irgendwelche Fragen ab. Ich glaube, ich muss meine Termine nicht so eng takten. Du kannst ja das verwenden, ich schalte halt immer aus, damit ich...